Freunde der Sonne, damit herzlich willkommen zu WWE 2K24. An dieser Stelle darf ich nochmal recht herzlich bei 2K bedanken, die mich hier herzlich eingeladen haben, dieses Spiel meiner Community einmal zu präsentieren. Ich bin ja ein riesen Wrestling Fan. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich war beim Royal Rumble, waren wir vor Ort und das hat Spaß gemacht. Und deswegen sind wir jetzt hier, um tatsächlich dieses Spiel einmal zu testen. Ich habe es auch vor Ort in Florida beim Royal Rumble schon einmal spielen dürfen. Ich habe es ein bisschen antesten dürfen und jetzt ist es ehrlich draußen. Ich liebe Wrestling, ich feiere das, ich gucke seit Wochen auch wieder jeden Content und bin voll drin. Ich habe auf privater Ebene 2K23 mega viel gespielt und ich habe ja auch mit Hanno die Royal Rumbles kommentiert, die Influencer Rumbles, das war auch grandios, hat mega viel Spaß gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was habt ihr denn gesagt? Wir werden tatsächlich in MyRise reingehen, uns dort einen Wrestler oder Wrestlerin zu erstellen. Also, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder Unleashed und Undisputed. Also ihr sagt, so wie es aussieht, wir machen die Männerkarriere. Dann machen wir Undisputed. Erstelle deinen Superstar. Okay, gewichtsklasse, heavyweight. Passt du deinen Auftritt deines Superstars an, über die Option Einzug erstellen, Sieg erstellen und Moveset erstellen kannst du weitere Anpassungen an dem Einzug der Siegpose und Moveset deines selbstverständlichen Superstars anpassen. Okay, Moveset müssen wir glaube ich gleich noch gucken, ob wir da was ändern müssen. Alter, da ist er. Unser Mr. Glitzerkiste. Mach dich wahr, mein Junge. So, Social Media Feed. Alter, wie er da steht. Guck mal, man sieht ihn schon im Hintergrund. Junge mit seinem bauchfreien Top und einfach dem Handy in der Hand, Junge. Ich finde es so geil, wie der aussieht, Junge. So, näher um die WWE mit Universal Championship bei der Kick-Off-Show für SummerSlam beginnt mit einem Qualifying-Match zwischen Dom Mysterio und Glitzer-Gott. Ja, Social Feed, da ist es dann halt immer so, die Leute tweeten was und man kann dann halt immer darauf reagieren und dann quasi Matches eingehen und das ist eigentlich immer ganz cool. Hier gibt es dann halt die Möglichkeit, Attribute zu skalieren, den Einzug, das Moveset und sowas immer alles nochmal anzupassen. Da müssen wir leider noch ein bisschen was anpassen gerade. Und zwar nehmen wir einfach den guten alten Scott Hall. Zack. So, das gleiche machen wir jetzt mit dem Einzug. Das ist ja mein Story-Hub. Hier kannst du neue Möglichkeiten entdecken, indem du mit Leuten in diesem Hub sprichst oder auf Post und direkt Nachrichten in deinem Social Media Feed antwortest. So, also jetzt haben wir hier The Mist stehen und jetzt haben wir hier Troy Simpkins. Ich weiß gar nicht, wer Troy Simpkins ist. Hier habe ich jetzt meine coolen Punkte. Jetzt kann ich meine Attribute verbessern. Ich kenne das schon alles. Ich habe 205 Punkte hier zur Verfügung. Die kann ich jetzt hier frei gestalten und kann jetzt hier übelst reinbuttern. Wir gehen jetzt hier überall mal so ein bisschen rein. Und sind jetzt schon auf einer 84 und wir haben immer noch 100 Punkte über. Noch gut schlagen können. 84 Punkte. Verteidigung sollten wir auf jeden Fall ein bisschen skillen. Ich glaube Widerstand ist echt super wichtig. Greifen. Jetzt haben wir noch 14 Punkte. Die können wir nur noch in Aufgabe stecken. Und dann sind wir schon in 86. Von einer 75 direkt auf eine 86. Das ist natürlich nicht schlecht. Das muss ich gerade alles nochmal anpassen. Sorry. Das sind nur so kleine Details. Okay. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Moveset machen. Da suchen wir uns aber auch eine Vorlage. Man kann unheimlich viele Moves nehmen. Also ich glaube beim Signature. Also es gibt ja wirklich alles. Aber ich will halt glaube ich. Also entweder Spear oder Stunner von Austin. Jackhammer ist es halt auch. Wir können Jackhammer halt als Finisher nehmen. Eine Menge Auswahl. Ja es gibt halt wirklich jeden Move. Also das ist halt cool und auch schwierig zugleich. Aber ich glaube ich nehme den Samoan Drop. Ja ich glaube den nehme ich. Ich meine wir können ja auch zwei haben. Dann nehmen wir noch die Pop-Up Powerbomb dazu. Ja das finde ich geiler. Das finde ich geil. Schöner Torpedo Moskau 2. Wie viele Moves gibt es? Mr. Abigail 2 und Jackhammer. Ich glaube wir kommen jetzt wirklich in die Situation. Dass wir wirklich jetzt anfangen können zu zocken. Nach knapp zwei Stunden kommen wir jetzt endlich zum Zocken. So hier haben wir nochmal ein Social Feed. Und wir sind ja jetzt eigentlich in einem Turnier. Ich rede mal mit Troy Simpkin. Gut luck. Kann ich jetzt nur noch mit The Miz reden. Also er hier ist übelst underrated. Für mich die glorreichen drei. CM Punk, Roman Reigns und Cody Rhodes. Das sind für mich die besten die es da gerade gibt. Das sind so die krassesten meiner Meinung nach. Und dann gibt es halt noch sowas wie The Miz ist okay. The Usos finde ich beide cool. Und Seth Rollins. Ja klar Seth Rollins habe ich jetzt nämlich vergessen. Also All Time würde ich schon sagen. Für mich persönlich, weil ich ein übelst großer NWO Fan war. Fand ich halt Scott Hall immer mega krass. Und Undertaker. Also wer Undertaker nicht All Time feiert. Muss man ganz ehrlich sagen. I don't know. Und halt Rey Mysterio. Rey Mysterio, Undertaker und Scott Hall. Oder Razor Ramon wie man halt will. Und irgendwie noch so Triple H. Aber den habe ich erst später geiler gefunden. So Leute. Mein Name ist Mr. Glitzerkiste. Und ich hau jetzt jemanden aufs Maul. Da ist er. Wen kenne ich überhaupt? Der kann nix. Alter der hat beim Royal Rumble so viel kassiert. Ich war ja beim Royal Rumble. Der hat so unendlich viel auf die Fresse bekommen. Und dann hat sie im Park ihn auch noch rausgeschmissen. Da war ich glücklich. War ja immer nur glücklich. Ja, safe. Oh shit. Dominik. Let's go. Su. Su. Schöne Sache. Su. Schöne Sache. Oh, der hat mich zurückgetreten. Aber das Energiesystem ist genauso wie bei 23. Du hast jetzt unten diese blaue Anzeige unter meinem Namen. Also die grüne ist natürlich meine Ausdauer, meine Belastbarkeit und so. Samoan Drop. Und jetzt hier. Sister Abigail, Junge. Komm her. Komm her. Dominik. 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 Komm her. Junge, wie lange geht das? Komm her jetzt. Komm her. Zack. Und direkt. Randa. Pinfalls. Ja, ich muss jetzt halt. Ja, gibt es halt eine Mechanik. One. Two. Three. Easy. Su. Su. So, dann habe ich hier auch noch so PNs. Zum Beispiel von The Real King Regal. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Egal, was du bisher gemacht hast. Heute Abend kannst du deinen Eindruck hinterlassen. Wenn du dein Bestes gibst, kannst du weit kommen. Nur so, okay. Und da ist er. Unser American Nightmare. Cody Rhodes. Den ich übrigens anfassen durfte. Möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Mit meinen Händen. Ich sag's nur. Cody etwas Respekt zollen. Cody verbal attackieren. Ja, weil ich ihn halt auch persönlich mag, kann ich ihn halt nicht. Also, Cody lieben wir halt. Same to you. I'll see you in the main event in a few hours. Der Mann sieht auch ready aus. Kevin Owens. Heißt der nächste Gegner. Aber der hat einen geilen Entrance, finde ich so. Die Mucke ist geil. Oh, shit. Du, okay, oben mit einer Schwellen kommen wir etwas von uns rein. Erledigt. Sehr gut. So, guck mal her, ja. Let's fucking do it. Hat irgendjemand gerufen. So, guck mal her, ja. Bruder. Ne? Alter, Digga. Oh, schöne Sache. Boah, alter, voll in die Fresse. Manchmal echt so ein ganz kleines Zeitfenster nur für den Reversal. Oh, shit. Au hin, Kevin, beruhig dich mal. So, da sind wir noch wieder. So. Schön auf die Fresse. Sieg in Sicht. Oh, jetzt kommt die Sequenz, oder? Alter. Nein. Oha, der spielt mit mir. So, jetzt haben wir ihn. One, two, three. Heere. 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 Und ein anderer Sturber für Owen. He might have won the match, but did this guy ever lose the war? Just a total meltdown from KO. Heaven ist sauer. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen im Arsch. Ich muss aber nochmal ran gleich, glaube ich. Hä, was ist hier denn so? Es wird verdammt nochmal Zeit, oder ich bin dankbar, hier zu sein, Leute. Sind wir cocky, oder sind wir thankful? Ich meine, ich bin Mr. Glitzerkiste. Natürlich bin ich cocky. Er hat doch den Kopf von mir hochgehoben und wollte nicht gewinnen. Selber schuld, wenn er dann verliert. Junge, das ist ein Biest. Ja, der will auf die Fresse. Oh, scheiße. Zeig ihm, dass du keine Angst hast. Doch, ich hab Angst. Das ist mir in Ruhe. Aui. Hä? Was ist jetzt auf die Fresse hier? So, komm her, Junge. Ach nee, ich pack dich jetzt mal anders. Die andere Ecke. So. Let's fucking go. Was hab ich jetzt? Ich hab's timing verkackt. Egal. Oh. Süß. Oh, zu spät. Fuck. Oh, meine Fresse. Komm, ich kau dir aufs Maul. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen... End. Dein. Tress. Hey, Junge. Was, meine Mutter? Oh, shit. Oh, nein, 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 nein. Und du es. Oh, shit. Road Break. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lass mich mal raus. Mir ist nicht so gut. So, jetzt. Oh, ho, ho, den hat der Video aus Maul gelegt. Boah, schön in die Fresse. Huuuuh. Hat er wie viel größer? Oh mein Gott, der Panzer hat mich einfach weg. Boah, Alter. Ich kann da mal irgendwas drücken. Ich halte mich was. Ich glaube, das ist mein Move Cloud. Jetzt sind wir da. So, schön aus Mauli. Jetzt gibt es einen Jack Hammer, Junge. Jetzt gibt es einen Jack Hammer. Ich heb den hoch. Komm her, Junge. Und keiner mitgerechnet. Zuuuuh. So, jetzt kommt Cody, Leute. Alle mal ruhig sein. Na, 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 na. Alter, das ist doch eine geile Mucke, Digga. Cody Rhodes Entrance, einfach so viel geiler als vor zehn Jahren oder so. Na, da gewinnt jetzt den Titel. Da ist das Ding. Da ist das Ding. So, das Ding kriegt er aufs Maul. So. So, nochmal. Nochmal, Junge. Weg mit dem, als ich mein. Ein, ein, eine Übung. Klick, klack ins Gesicht, Alter. So. Schön. Und jetzt nochmal, weil es so schön war. Oh. Oh, schitz. Oh, nein. Egal. Für die Fans. Für die Fans. So. So, kann man in die Ecke? Ich muss nicht einmal kurz hinfahren. You have to wonder if Cody Rhodes came into this tournament's final match over confidence. I don't think so, Corey. Cody's a veteran. At this point in his career, he's learned not to underestimate any of his opponents. So. Oh, nein. Der Referee is taken out. Crossroads. Alter, voll auf mein Genick. Oh, nein. Mann, oh. Cody, du musst aufpassen, wenn du aufs Maulhaus. Richtig mit ihm weiß, schwarz-weiß-gestreiften. Spear. Oh, mein Gott. Romin. Aquaman. Oh, nein. Oh, ich bin Champion. Ich werde zum Champion gemacht. Der macht so eine richtige Solo-Secure-Aktion, Alter. No, not like this. No. Yes, Cole. Yes. It's over. Danke, Roman. Na? Mr. Glitzerkiste, meine Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Mr. Glitzerkiste ist WWE Universal Champion. Wir haben es geschafft. Danke, Frau. Dank an.